Guardians of the Galaxy. Heute Folge 4. In der letzten Folge, wir haben die Schmiede zerstört und ich habe ihren Namen vergessen. Die Anführerin der Kree hat uns geschworen, dass sie uns zerstören wird. Ich bin gespannt. Heute Folge 4. Wer braucht dich? Und ja, wer braucht mich eigentlich? Wieder mit Crowdplay und wir starten. Eine Person im Raum. Ich. Und los geht's. Vorher auf Guardians of the Galaxy. The Celestial One must deliver the Forge to the Sacred Shrine. There you can unlock its true power or destroy it forever. And that true power is what? Returning anyone, from any time period, back to the Realm of the Living. Guys! Guys! Stop! You both want the same thing! He's... actually right. It happens. Sometimes. Uh, more than sometimes. Thank you. Maybe we could... give each other a chance? Alright. Give peace a chance. Good morning, Granny. Nebula! Nebula! I'm okay. Mother... I'm okay. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Oh mein... Nooooooooooooooooooo! Du hast alles von mir genommen. Ich werde dich zerstören und alles, was du liebst! Martin, er hat mich verloren. Die Forge ist verletzt. Denn von ihm! Du hast meine Leute verletzt. Du verletzt meine Sonne. Du verletzt meine Sonne. Die Forge war zu stark für jemanden zu behandeln. Wir hatten eine Verantwortung, um es zu verletzieren. Du verletzt eine Teil von mir mit ihm. Jetzt werde ich das gleiche mit dir tun. Wir werden mit dir kämpfen. Du verletzt unsere Last. Sie hat die Forge verletzt. Sie hat die Forge verletzt. Was? Wie ist das möglich? Was? Wie ist das möglich? Nein, es ist wirklich ein Ablechen. Du hast ja gestern auch noch was mitten zu sein. Da war die Schmaffe. Wir filmen. Okay, okay, revenge, I get it. Hey guys, a little help here? What's the matter, Quill? Is the big mean lady picking on you? And stay down. Oh, sure. Gamora! Not again! Ah! 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 Oh, right! Not working! Ah! Oh, tschüss. Auf jeden Fall erfahren wir, dass wir uns hingehen. Wie ich die Musik vermisst habe. Wie ich die Musik vermisst habe. Ja. Ja. Ich koche Brösel. Aber du kannst ja einfach herspringen. Wieder an der Rudi. Wie fühlst du dich? Ich werde gut, Peter. Ich versuche. Okay. Ich fühle mich viel besser mit der neuen Medizin. Es wird einfach schön, zu haben ein Wochenende mit dir. Away von unseren Problemen. Es ist eine lost cause. Wir sind zu weit von der Stadt. Gib es einen Rest. Gib es einen Rest? Und sitz hier im Silenz? Oh, keine Ahnung. Mom? 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 Mom! Peter! Oh mein Gott! Ich bin okay. Wir sind okay. Was... 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 happened? How did... how did we... We were just driving along and then you... you passed out. I'm so sorry, Peter. If you weren't here, it would have been much, much worse. This is my fault. I... I shouldn't have been acting like nothing's... What are you... It's getting worse, baby. I was supposed to check into the hospital this morning. But I just wanted to give you one last happy moment to remember me by. Before they plug me into some damn machine. I should have told you. I thought I could beat it. We... have lots of memories together. And... and no matter what happens... I'm... I'm... I'm always gonna remember how rad you are. You're a hell of a kid. We all have to go, sooner or later. But it ain't over quite yet. So what do you say, hmm? One last adventure together? We can still get to the campground before dark. It should be a clear night. Every star will be out. And it'll just be me and you. Okay, mom. Let's keep going. Thank you, baby. We'll make sure this memory's a keeper. What are you? What? We're all gone. So, wir sind alle in agreement, dann. Wir verkaufen das ship und verletzten die Dough. Du hast Geld gegründet, nicht die Tastige Kombination von Wasser und Flour. Quill hat einfach nur den Bord, du morons. Er ist nicht tot. Aber ich habe bereits Dibs auf seine Sachen gemacht. Er hat viel Geld in der Runde. Ich bin sicher, dass ich ein paar Units in der Trader's Market bin. Ich bin Groot. Was könnte du mit seinem Jacket möchtest? Es wird nicht gut sein. Ich bin Groot. Als ein Memento? Oh, you are such a sap. Thanks, guys. Appreciate the concern. Really? Oh! Hey, Pete! We were totally looking out for you, man. Your staff, your legacy, that's real important. It should be sold for as much money as possible. Oh. We're not getting back up there. Great time to have my jet boots busted. We'll have to find another way out. Oh. Hey, Gamora. Nebula's really hurt. Maybe beyond repair. I couldn't stop it. This is what happens when someone gets too close to me. I've never seen her this bad before. She's tough, but... That may not cut it this time. I know what happened is terrible, but... You should be proud of her. We got through to her. That doesn't fix this. We let Nebula into the Guardians and look, where it got her. We have to live with that. Hey, Groot. We got through to him. You're holding up, okay? I am Groot. I am Groot. Uh... He says he's thirsty. Uh... 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 Okay. I am Groot. I am Groot. It's our troubled leader, Peter Quill. Just when I think things couldn't get worse. Just when I think we hit rock bottom. You managed to find us something lower. This time literally. Yeah. Well, I am to please. Not a compliment, but okay. I am Drax. Hey, Drax. Do you see any way out of here? I have looked up. I have looked down. I have even turned in a complete circle. There is no exit. Hmm. All right. We'll keep looking. I will not rest until I find that treacherous exit. I will not rest until I find that treacherous exit. Endlich mal jemand, der einen Plan hat. Oder sowas ähnliches. Zumindest ein Ziel. What's up, Natis? Oh, hello. Is everything okay? I just wanted to thank you for catching me. Anytime. And... I'm sorry for intruding on your memory of your mother. She seemed like a nice woman. Yeah. She was. Das... Hat uns jetzt nicht... Oh, das noch. Das kann uns weiter bringen. Ha ha ha! Kill it! Kill it with bullets! Don't tell me you're afraid of that little guy. Haha. Yes. What a ridiculous looking creature. On my world, tunnel worms are filthy. They eat only rock and dirt. I have tried this for myself. It was incredibly destructive to my digestive system. It looks friendly enough, I guess. It... Is... Is... It's okay. It doesn't want to harm us. It's just... Curious. Curious about how we taste probably. Is it chewing through that stone? Better that than us. Getting chewed to death is top five on my all time fears list. Hungry little fella? Want something to eat? I need to eat. There you go. You ugly little rock, you guy. I need to eat. Bioluminescence. Probably how this thing communicates. Or draws in it's unwitting quill-sized prey. He wants to stay with us. Maybe we should name it. Like a pet. I am excellent at maiming things. I shall call it... Blue. What is it? I call it... Hungry. No, no. It's named to be... Obviously a death trap. Cause that's what it is. That's not any good. Well, I think the name is extremely appropriate. No, not the name. That it's hungry. Bowie. The creature is just a tiny nothing. David. There's no harm to us. Hungry. I am constantly hungry. I have rarely injured you all. How about... Bowie. What is a Bowie? He's a musician. We treat like a space god on earth. Better not see how that is better than blue. The creature is blue. Now it's red. Bowie is mine. Great. The Guardians have a mascot. I am blue. I'm the co-pilot. I ain't no mascot. Why'd you look at that? Bowie rocks. I told you guys. He's getting us out of here. Wait wait wait. No one has a problem with this. The death trap thing was not just some cute expression. It's our only way out rocket. I'm putting and I told you so in my pocket for later use. Peter. What about Nebula? What about Nebula? Hey buddy. Can you carry her? I am Groot. I am Groot. Thanks Groot. I am Groot. Loot. It's really practical. Hey Bowie, wait up. Das ist großartig! Oh, wenn nur die Inhalte meiner Containment-Unit wäre so schön, dann wäre ich vielleicht nicht so psychisch verletzt. Schau mal an das. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Ich nehme einen Moment, um all diese Schönheit inzunehmen, wenn wir nicht zu sterben. Das ist nur so, wie die Dinge hier draußen gehen. Was ist das? Was ist das? Oh. 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 Oh, wie? Oh. Ja, 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 ja. Er ist richtig! Sie werden einfach immer wieder kommen! Ich brauche noch einen Plan! Hast du eine Idee? Warum mag ich nicht den Geräusch davon? Ja, kein Ereignis, aber das Statement wird meistens nicht gut für uns. Jeder schaut aus! Erstmal, können Sie sich auf die Steine krassen! Und sie hat sich auf die König des Gottes. Also, Sie sind okay mit der Verantwortung für Hololain-Waste für die ganze Galaxie? Es war nicht meine Idee, zu versuchen, es zu zerstören. Ich sagte, es wäre schlecht. Ich habe quasi gesagt, was würde passieren. Boom! Forge in die Phase, Mega-Hala. Magala. Sie sind schrecklich bei maimieren Dinge. Wir sollten sie jetzt auch... Also-Blue. Was wir wirklich sollten, sie ist eine große Problem für uns. Wir haben das richtig gemacht. Wir haben das richtig gemacht. Wir haben sicher, niemand sollte diese Kraft haben. Ja, gut. Jetzt ist die Kraft in ihre Gesichter. Die Kraft, die wir könnten haben, um zu helfen unseren Lieben. Das ist genau das, warum wir müssen sie nachdenken. Du verstehst nicht, Gamora. Es ist wegen von dir. Wir müssen alle diese Kraft haben. Sie ist nicht tot. Sie ist 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 tot. Sie sind 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 tot. Sie haben verdient die Gedanke. Sie sind tot. Innerhalb des Lebens. Sie sind tot. Sie sind tot. Sie stellen gewöhnen Sie auf, Gamora. Sie erkennen. Ich weiß genau wie sie tun. Ich gehe dem Weg und er hat mich zu. Sie sagen damit. Ich gehe nicht. Die stecken. Hey, all this? It's your fault, Quill. If you hadn't exploded the forge, I'd have one less thing to be pissed at you for. Let's go, Groot. I am Groot. What? Oh, fine, you big baby. I didn't need any of you when I started in this business, and I don't need you now. It's better off on my own. Gamora, wait up! Go with Gamora. I will protect the rodent. Do not worry. Sometimes I do not need to tell you how the others are feeling. Makes my job easy. Pfft. No. 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 Was ist das? Ja, Racket ist ziemlich schlecht, manchmal. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Weil er richtig ist. Ich habe sie weggebracht. Und in der Fall, sie wollte mich töten. Sie hat es wohl geschafft. Du hast niemals auf Nebula gehalten. Was sie für dich getan hat? Sie hat es gezeigt, dass sie nicht die gleiche Frenziert-Assassin als sie damals war. Vielleicht hat sie verändert. Aber ich fühle mich nicht, wie ich habe. Ich versuche, um andere zu helfen. Es wird immer zurückgefallen. Nebula, Nova Corps, sogar Rocket. Sie... Ich liebe mich. Ein Tag, wenn wir das überleben können, dann auch ich mich. Ich will nicht dich schmerzen. Ich bin Groot. Niemand hat dich, Gamora. Du hast zu viel Druck auf dich. Ich weiß die Wahrheit. Die Leute schmerzen mich. Ah. Oh, Gamora. Oh, Gott. Was ist das? Pizzle. Oh. Pizzle. Cool. Er blüht. Okay, gut, Groot. Ich bin Groot. Very dolšig. Ich... bin Groot. Oh, man. Gamora? Steinsäule? Wo ist der Steinsäule? Die könnte man umschmeißen. Das kommt die Pflanzen auch an. Wenn wir schon mal da sind. Und sage nichts dazu. Okay. Und das wäre ein verdammter Fehler. Well, das ist... ...unschuldig. Ein Erinnerung an sich. Don't fall down there. Das hätte ich ihm auch ohne Stein sagen können. Warum liegt Nebula jetzt da auf dem Boden? Hey. Schau es aus. Lass uns sehen, wo du gehst. Lass uns das einen Wurrle geben. Okay. Okay. Peter... Du schaust Gamora. Du schaust alle von uns. Schaust. Hau. 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 Ella will regret this. Er findet seine Blumen auch toll. Kannst du mir einen Lauf in diesem Tunnel geben? Ich bin Groot. Help me up into Tunnel. You understand? Gah, forget it. Hey, uh, Groot? Have you seen anything around we could... Ich bin... Cool. Very helpful. Er sieht grad irgendwie... ... frei aus. What's up, Groot? Why are you acting all weird? Groot... Am... I... Hehehehe. You, my friend... ...are not in a right state of mind. I... Hehehehe. We're all gonna die here. I'm gonna get back to it. I'm gonna get back to it. Uh... Peace, dude. I'm gonna get back to it. Hehehehe. I'm gonna get back to it. Hehehe. Ja, gehen wir. Bereit zu gewinnen. Cool. Ich kann dir helfen. Hey Grupp, wir werden gleich zurück. Danke. Ich glaube, es geht weiter. Ich glaube, es geht weiter. Ich brauche nur, dass du etwas wissen willst. Nebula ist nur das Beginn. Jemand anderes wird verletzt. Oder schlimmer. Ich habe vorhin angestellt, aber diese Zeit sehe ich, dass ein Gefahr für uns kommt. Ich lasse das nicht passieren. Ich weiß, dass du das meinst, Peter. Ich mache das. Aber ich kann nicht mehr, dass ich ein Leben in meinem Bewusstsein habe. Ich kann nicht beantwortet für meine eigene Familie, nur die ganze Galaxie. Als wir weg von diesem Planeten, ich werde die Guardians verlassen. Gamora. Wenn ich allein bin, der nur ein, der kann mich verletzt werden, ist ich. Wir haben sehr gut gemacht. Aber die Team haben sich verletzt. Es ist nicht wie es war. Der ist. Aber du wirst für mich bleiben, oder? Wenn du weg bist, ich bin derjenige, ich bin derjenige. Ich bin der Grund genug. Was? 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 Was würdest du sagen zu mir, Peter? Warum? Dass es etwas zwischen uns ist. Du kennst das sehr ich mich über dich. Peter... Ich weiß, du fühlst dich das gleiche. Ich mich nur überraschend. Ich bin gespannt, ob wir sie am Ende der Serie noch rumkriegen. Ich bin sehr gespannt. 1, 2, 3! Du bist aus der Strecke. Versuch es wieder. 1, 2, 3! Wieder. 1, 2, 3! Der letzte Mal. 1, 2, 3! Das ist ihr. Ja, wir sind aus hier. Groot? Wie hast du sogar über da? Ich... bin... Zumindest scheint er nicht mehr heil zu sein. Ach, was für sich? Warte. Was du gesagt hast... ...über zu bleiben. Du bist richtig. Aber ich vertraue dir, um uns alle zu beschützen. Justine... Warte. Es gibt schlimmere Bedingungen. Wie schwer kann es sein? Vier Leute? Fünf Leute? Mittler Leute? Sechs Leute? Am Lebensstil? Wir haben einen Herzbeug. Ich bin gut. Das Klang hat Bowie. Oh, eine Menge Abwaltfücher. Oh, großartig. Peter, we're in their lair. Don't make a sound. We gotta sneak. Eine echt spannende. Eine Schleichaufgabe hier drin. Man hat natürlich auch keine wirkliche Anzeige, wie hell es sein darf. Ich glaube, wir kommen da ganz gut durch. Oh, das ist ein Schmerz. Oh, das ist schmerz. Was hat hier etwas sterben? 1000% sicher, dass es das Worm war. Das sicher, es war Peter. Kann ich einfach weg, bitte? Der Ende des Tunnels ist einfach vor. Any, die nicht weg von diesem Schmerz. So, wir sind durchgekommen. Aber... Das sieht... Wie? Ich muss ja nicht alles anfassen. Oh. 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 Hold on. Wir sind hier. fast... Ich dachte wir können jetzt hier noch voller dich verarschen, solange er steht. So einem Spaß muss er sein. Oh. Next Trial. Also nicht direkt drauf losgehen. Ja. Also sie bewegen sich. Also es scheint mehr auszusehen, als wenn sie schlafen, als dass sie tot sind. Hey Rocket, waaake uuuuup. I asked for to go. No. Okay, okay. We're gonna get you out of here. Ah. Ah. Der auch wieder sammeln. Nicht aufrecken spielen. Oh yeah. Crap. Hey. You alright Rocket? Ugh. I feel like I just boozed for a week, then took a header into Drax's fist. What happened? How'd you end up in the... What? In a giant alien lunch sack? Never would have happened, if you'd come with me. Hmm. Hmm. Ah, gut, dass er gleich wusste, dass er nicht, äh... ... nicht lauter reden darf. Wacky, wacky, big guy. Time to get up before the worms do. I think there's a signal again. How loud is it? How loud is it? Oh, I don't think there's a signal. I think I'm going to get it totally through. This is weirder than normal. That's saying something. This is nice and all, but we really don't have time for it. Okay, Drax, that's enough awkward hugging for today. Seriously, Drax, get off me. I will help you. No, no, not you, Mantis. No. Oh. Animal side. Something small. Still fresh, must be close. Still fresh, must be close. That's right. Ah, zeigen, klingen ziehen, kriegen sie ihn. Ah, so promise! Ah, schade. Was? But you didn't remember your own teachings. You have now completed the test of Guile and Diversion. These skills will serve you well on the warrior's path, where every child... Let's leave their home and make the perilous journey to the training grounds. Take it seriously, Kamaria. I say it out of love, daughter. This path, it is not to be taken lightly. If... If I was scared, that would be alright, wouldn't it? Not that I am. It's just that... I mean, I suppose many who seek the warrior's path might have such feelings. It is normal to feel scared. It is? Yes. So use it to make yourself more focused and less reckless in battle. I must admit... I do feel a little scared, but I will be stronger for it. We don't have long. Before you leave, I promised you. The tattoo! I am ready, Papa. I know you are. The first tattoo marks you as a warrior in training. You will add many as your journey continues. Relax, daughter. It will not take long. As soon... Mount Kylos. Your mother and I had our soul union there. Ich werde niemals eine Soul Union wollen, niemals. Ich werde ein Great Warrior sein. Ich bin nicht wie die anderen Scouts, sprechen als ob sie bereits warriors. Sie sind viel zu schädlich für mich. Standing mit anderen machte dich stärker. Du kannst viel von jemandem zu haben, als du und Mama. Ja. Sie ist viel zu schwerer als du. Was ist in deinem Gesicht? Was ist, wenn ich einen Gegner, der nicht gebeten kann? Ich bin stark, aber ich bin klein. Ich bin Angst, dass meine Werte nicht genug werden, wenn die Zeit kommt. Dann gehen Sie, und leben, um einen anderen Tag zu kämpfen. Großartige Werte immer benutzen, wie ich mache. Ja. Ich werde mich bewusst sein. Und was, wenn... Was werde ich machen, wenn ich mich stärker als du, als du? Meine Lägen, über die Valleys. Meine Fohen, über die Angst. Dann werde ich mehr stolz, als ich meine einfachen Worte kann. Ich werde die ganze Zeit, bitte... Ich werde die ganze Zeit, bitte... Ich werde die Zeit, bitte. Ich werde das, was ich da unten bin. Du musst aufdrehen. Ich werde dich nicht mehrmals warten. Du musst aufdrehen. 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 Warte! Ich brauche nur einen Moment, um mein Wurzeln zu zerstören. Ich kann das machen. Genau. Wovon habe ich gewartet. Ich... Ich habe es gemacht. Ich bin stolz von dir, Kamaria. Du wirst gut in den Training. Ich werde dich lieb, Papa. Ich werde dich lieb, Papa. Es gibt keine Grunde. Schau dir deine Tattoo. Und wissen, dass ich immer mit dir bin. Ich werde. Papa... Ich muss jetzt gehen. Ich werde jetzt gehen. Du musst mich verlassen. Du musst mich verlassen. Es ist ein langer Weg auf dem Wurzeln. Ich will nicht die anderen warten. Ich werde dich lieb. Ich werde dich lieb. Danke, Kamaria. Danke, Papa. Papa. Ich... Ich sollte sie nie lassen. Vielleicht... Vielleicht wäre sie dann immer noch lebendig. Drax, ich... Hey, das ist echt schade und alles, aber wir können hier ein bisschen Muscle machen! Ich bin krass! Ah! Sind sie aufgewacht? Oh! Das ist großartig. Oh, egal. Wir sind gut. Oh! Er ist... groß. Er ist nicht großartig. Peter, warte! Hey! Warum stimmst du dich? Ich bin sorry, ich benutze meine Macht auf dich vor. Ich wollte nicht... Es war nicht sinnvoll. Ich habe nur versucht, ihn zu holen. Was bist du? Du hast uns aus da. Wenn es nicht für dich wäre, würde ich immer wieder aufgewacht. Oh! Du bist richtig! Ich war die Heroin! Oh! Oh! Du bist nicht aufgewacht. Ich bin nicht in der Schreie. Ich bin nicht in der Schreie, um herauszufinden. Oh! Was ist, hat es fühlen. Sie sind pure. Und nicht wahr. Oh, das ist einfach so. Es ist gargantuan und mögliche. Niedern ist in der Schreie. Sie ist stabil. Okay. Dann gehen wir. Warte. Warte! Ich fühle mich etwas. Niemand ist... Sie ist... Sie ist schreckend. Nein! Es ist größer! Mein Hunger hat keinen Qual. Once wir aus hier sind, wir werden dir etwas Fuuu. Das ist eine große Bode. Ich bin Drew. Wrong again, Kloot. Wir alle werden es nicht. 100 Prozent! Not heute! Ouch. NOOOOOO! NO! EVERYONE, HOLD ON! Oh! Nebula, wie kann ich... Was zur Hölle macht sie? Mora, warte! Mabel hat mich selbst gebraucht. Ein schnelleres Schirm. Verdammt! Oh! Oh! Es ist okay, Gamora. Lass uns sie sein. Pick es zurück. Sie lassen mich das. Danke, Quill. Ich bin nicht bereit, um auf dich zu verlassen. Ich werde Rocket holen. Es ist keine Hilfe. Wir können nicht wieder zurückkommen. Diesmal. Es ist ehrlich, es fühlt sich gut zu haben. Es ist ein Teil von mir. Desperate. Ich wünsche mir, dass ich das alles was ich wollte. Vielleicht dann könnte ich schlafen. Just hang tight. Try to save your strength. Für was? Wir verloren. Es ist einfach nicht. Es ist einfach, niemand will es noch nicht sagen. Es ist meine Idee, dass ich alles in meinem Körper I told everyone it was so I could be better, like Gamora. Why did you really do it? To be more like her. I looked up to her. I was terrible to her. I nearly killed her. I loved her. You should tell her exactly how you feel. You have no idea how happy that would make her. You think so? I can't, I can't. I left her everything that happened. It's too late for Gamora and me. I'm a living reminder of her. Time with Thanos. She can't move on until that last, that last piece of him is gone. Then things will be better, for everyone. Look, this might sound corny, but it's never too late to make things right. You can always make a change. Yeah. Maybe you're right. Thank you, Peter, for listening to this. Whatever it is, I'll tell her what you said. I've been afraid of how she might react for so long, but I'm already dying. What's the worst that could happen? Hey. Hey. Do, uh, do you want me to... I don't know if people are trying to fix me. I, uh, yeah, I get that. There's something I need to tell you. Sister. What is it? I... I love you. 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 Ich kann das Gefühl haben, Peter. Jeder ist wirklich... Es ist Nebula, noch nicht. Ich meine nicht, dass ich es aufhören möchte, aber ich habe ein paar Schmerzen, auch. Unsere Engelte wurde thrashed, als wir gefeiert haben. Können wir das noch fliehen? Keine Chance. Okay. Wir gehen zurück. Gimora, du musst nicht hier sein. Wir verstehen. Das ist besser für mich. Ich will Hilfe. Ich will Hilfe. In der Endeffektion, sie war eine von uns. Eine Guardian. Ich glaube, sie ließ es. Ich bin ein Teil von etwas Goodes für einmal. Ich bin der Fiercest, der ich in der Kampfkirche hatte. Ich bin der Fiercest, der ich in der Kampfkirche hatte. Was ich am Neb, was wie sie viel sie hatet Pete. Wie in einer tiefen, unrelenting Art. Fünferisch. Ich bin Groot. Oh, ja. Und sie wirklich scheint zu interessieren zu euch, Gamow. Du solltest die Verbindung, die ihr beiden zusammengebracht habt. Zu sein zu sein ist ein schlechtes Fates. Speaking of schlechtes Fates, wir müssen hier ein Weg raus raus, bevor wir enden wie die Schmerzen. Die Schmerzen... Genau! Huh? Was? Schau an all diese Schmerzen. Es muss ein paar Teile sein, die wir dort rauskommen können. Du vergisst an diesem internen Ozean von Stomachacid. Du kannst nicht nur ein bisschen schwimmen nehmen. Dann fliege ich wieder. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich meine, ich bin sicher nicht dumm genug, um dort raus zu gehen. Ich werde hier so etwas schmerzen. Ich werde hier so ein bisschen 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 schmerzen. All right... Okay, wir fragen uns ein paar Motorräder. Wie genau machen wir das genau? Ja, nimm alles, was nicht geblendet ist, und gib es den alten Chucky-Chuck. Je leichter wir sind, desto länger wir fliegen, desto leichter es wird, Flugzeugen zu bekommen. Desperate Zeiten, oder? Wann sind sie? Es ist Zeit für Nummer 2. Als ich nicht überleuchte die Jets, sollte ich den Acid vermeiden. Ich hoffe. Oh, diese Kreatur nicht will eine Mühle Nacht. Die letzte Sache, die wir brauchen, ist für den Acid zu erhöhen. Hey Rocket, ich will Sie schnell auf Gamora, okay? Okay, sie ist... Ja, okay, ich weiß, wann zu zurück. Rocket, was ist mit diesen Boots? Ich dachte, du fixed sie? Ich habe eine valiante Herausforderung. Es ist nur so viel du kannst, wenn es ein Teil ist. Incidently, wir werden müssen unsere Pläne, wenn wir zurückkommen. Either way, stop complaining. Drax, How's the unloading going? I keep tearing objects off of the bridge, but Rocket says they are essential to life support. Yeah, um... Why don't you check with him next time? Rocket. Rocket, Any luck lightening the ship? Gamora says if I go anywhere near her room, she'll cut off my head. It's a work in progress. Gamora. It's a real mess we're in. Everything I touch... I'm toxic. You're not toxic, Gamora. A stomach? That's toxic. Thank you. I think. How's the rest of the crew doing? We are arguing about what to jettison. Get back as quickly as you can. Get back as quickly as you can. Good hands to the body. That's what it is, then he has to attack the ship. I don't know how to attack the ship. I don't know how to attack the ship. I don't know how to attack the ship. It's like, I'm not going here to attack him. Ich bin schon fertig. Mehr Torium. Ich werde dir nicht indigestion geben. Rocket. Wie geht es um diese Fahrzeuge? Ich kann es nicht. Es ist ein Fahrzeuge, Pete. Ich kann es nur auf. Oh, gut. A giant red button. This always ends well. Ich habe in etwas Elbow-Grease. Das klingt gross. Jetzt habe ich mich über das Gefühl. Was? Was? Oh ja. Hey, ich mache mein Bestes hier. Oh. Great! Jetzt bin ich in einem schmerzlichen Kopf. Das ist ein Schmerz. Oh. Ich bin nicht in einem Schmerz. Ich habe keinen Schmerz. Ich habe keine Schmerz. Ich habe keine Schmerzen. Ich habe keine Schmerzen. Ich habe keine Schmerz. Okay, da geht es nicht weiter. Aber mehr als ansehen kann ich es auch nicht. Also... Ich habe keine Schmerz. 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 in der Bühne. Und er hat sich nicht zu tun. Vielleicht... Rocket kann ihn mitzüren? Ich kann ihn nicht mehr tun. Ich kann es nicht mehr tun. Ich kann es nicht mehr tun. Oh. Hey Rocket. Ich bin einfach glücklich, dass Nebula gesagt hat, wie sie fühlte. Ich musste es hören, um es zu glauben. Los geht's. Drax? Ja, Peter Quill. Habt ihr die notwendigen Komponenten um uns aus diesem Schmerz? Nicht noch. Was ist jetzt? Kann sie nochmal sagen jetzt? Wie hältst du da hinten? Ich werde... Ich werde besser sein, als wir hier rauskommen. Kamara, wie geht das Schmerz aus? Wir sind auf der anderen Hände. Also... nur noch einen Tag auf der Milano? Ja. Was geht's, Drax? Ich trainierte meine Kamaria um ein Krieger zu sein. Wie Thanos trainierte Nebula. Still... Ich bin sicher, dass sie nicht nach dem gleichen Weg fallen würde. Okay. Da ist noch ein Crystal. Mit all diesen Crystallen kann ich uns aus hier blassen. Oder in den Kingdom kommen. Hm. Das ist auf jeden Fall noch ein Schiff. Das können wir uns erst mal sehen. Oh Mann. Ich werde nicht mehr davon ausziehen. Das ist nichts. Aber hier vorne war noch eine Formation, die man sich angucken hatte. Das... Ah! Peter! Was, wenn wir nur von Nebulas Cyborg-Parten entspannen? Nein! Hier ist ein Trinker! Hier ist ein Trinker! Da sind mehr Schiffe in meinem Weg. Das ist ein Trinker! Ich werde nicht mehr so ausziehen. Ich werde nicht mehr so ausziehen. Ich werde nicht mehr so ausziehen. In a sense, all fuel is just explosion. So, yeah, it'll explode. Why are you asking? Oh, no reason. Just curious. Ich hoffe, wenn wir in den Tegel ziehen, wird nichts passieren, weil wir uns ... ... das haben wir. Also, woher wir jetzt runter? Ah, hier. Wo ist er da? Nehmen wir uns was von dem hochexplosiven Kristall? Hm. Nicht mind, wenn ich es mache. Stecken wir uns den hochexplosiven Kristall in die Hose. Und fertig. Das ist der Treibstoff-Bocktail. Das funktioniert nicht. Oof. Was für ein Weg, um zu gehen. Ich wünsche vielleicht die Hosexplos nicht. Easy, Big Boi. Und? Abflug. Äh, Peter. Ich wollte dir sagen, dass ich das ... ...orange Ball, den du mir gabst, als ein Token von deiner Affektion. Der Basketball? Das ist gar nicht verletzt. Alles muss gehen, Peter. Und auch ... Drax hat ihn verletzt. Oh, Mann! ... toll. Ahhh! Das geht nicht um Verbrauch, Freunde. Da sind wir noch einmal darüber. Überraschung. Ja, vorwärts. Ich habe kurz nach dem Start versucht zu lassen. Ja, ich glaube... ich glaube, ich bin hier. Okay, das ist nur ein bisschen geblendet. Wunderbar. Das ist ein guter Helmet. Okay, wenn du nicht davon auswählen willst, dann geht das. Hey! Das klingt wie... Prozess? Die hat nicht so mal eine friedliche Haushaltsaufgabe. Nur, wie unsere Leben betrachten. Geh weg, meine Beine! Es gibt keinen riesigen Weg in der Hölle, dass ich davon auswählen werde. Ja, ich werde das. Ich werde alle meine extra knifte und schwarzen. Wie viele schwarzen hast du? Meanwhile, Rocket wird nicht eine von seinen Schäden geben. Ja, aber schau mal. Nicht jetzt, nicht immer. Ich habe das mit meinen eigenen zwei Paws gebaut. Okay. Das ist viel zu großartig zu verraten. Oh. Das ist ein Bild. Oh. 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 Ich verstehe. Du sagst, dass die Art, wie sie auf die Objekte ist unvergültig. Oder schlecht. Ja. Und deswegen muss ich meine Sachen halten. Hm. Meine Empatia nur macht mich mehr Fragen. Ich glaube, dass sie mehr darüber denken. Es gibt so viel, was ich von dir kann. Eine Sache, die ich über die Guardian habe habe, ist, dass niemand überhaupt Sinn macht. Alles klar. Wir beginnen. Oh, Mann. Das ist ziemlich emotional für mich. Mein erstes Wunsch zurück auf Rayjack. Hah. Ich erinnere mich wie vorhin. Ich bin erstes in der ersten Platz für eine MASSIVE- Ich fühle mich. Ich fühle mich. Der letzte Platz. Das war ein... ...trophie, nur für mich. Das war's. 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 Das hat klein in Ihrer Hand, aber viel in Ihrer Geist. Ja, also an den Foto willst du jetzt nicht scheitern. Ja, was ist das? Oh, ho, ho! Meine Erdbeleidung von Centauri-Spiriten. Sie helfen mir, zu... Sie schreien wie ein Fynn? Nein, relaxieren. Sie helfen mir, zu relaxieren. Zwei Frauen an der Bord. Die Fristen alle wieder zum Entspannen. Meine Erdbeleidung von der Erde. Sie hatte das mit mir überall als Kind. Ihr wisst, diese Erdbeleidung war ein guter Primer, aber ich habe es aufgeregt auf die Realität. Aber keine Substitution. Ja. Was ist das? Der Traum von einer Baseball-Guardian-Baseball-Wertig ist heute. Ich habe noch nie gewusst, aber ich wünsche mir etwas, was ich zu holen, um zu helfen, um die Team zu helfen. Weil du gesagt hast, das ist alles GUNK. Including das Leather Hand. Hier. Du kannst du deine eigene Collectione von Odds & Ends. Das du wirst zu holen, um zu holen, in order zu escape einem Giant-Alien-Wertig. Danke, Peter. Das ist das beste... ...Baseball-Globe. Das beste Baseball-Globe, ich habe gesehen. Wahrscheinlich auch der Erste. Wollt dich um, und du bist zum Beispiel ledig. Huh. Wow. Ja. Total Gewalt. Gut. Die Schraube geht. Du bist glücklich? Schau dir, dass meine Schuhe zerbrochen ist. Ich bin Brut. Ich bin Brut. Ich bin Brut. Ich bin Brut. ... wirklich schrecklich. Es ist ein Kussin oder so? Nein. Nein, 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 nein. Du... ... sollte es. ...hier. Ich bin Brut. Und was das? Woe? Wie ist er in hier? Wie ist er in hier? Er hat uns durch die Hände. Das ist warum du nicht befreitest, die Schraube zu verbreiten. Nuh, nein. Geh riden. Aber er ist so schrecklich. Das kleine Schraube ranne. Er ist so schrecklich. 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 Wir halten ihn. Das ist das Ende. Okay. Was haben wir noch dazu? Ich denke, Mantis hat etwas zu... Ich weiß nicht, was du sagst. Das Ding. Das Ding. Ich gebe dir. Das Ding. Ich gebe dir. Oh, ich will es jetzt. Jetzt. Ehm, Aha. Wir haben ein paar Sachen gemacht und wir sind so großartige Freunde, aber es gibt etwas, was ich möchte sagen. Das Tape-Deck. Ich habe die Zahlen gemacht und das Ding muss gehen. Okay. Das ist wie wir hören zu Tunes. Das ist wie ich... ...share... ...myself. Das ist wirklich wunderschön und alles. Aber selbst nach Peter's inspirierenden Sackrifice... ... wird es sehr nahe sein. Ich denke, es ist besser zu sein und zu verlieren. Das ist wirklich schwer. Na komm. Okay. Das Teil ist echt scheißschwer. Okay. Mit dem Ding weg, das Rest der Dinge, die wir verabschieden haben, und die extra Fahrzeuge... ... sollten wir eigentlich rauskommen. Dann ist die Zeit. Es ist nun oder nie. Nachdem Groot und ich die Fahrzeuge haben, die du gefunden hast? Ja. Nachdem. Genau. 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 Ich meine die Vorderseite kennen wir schon Komm, weil es so schön ist Ha ha ha, wir gehen raus Kolen, Peter. Es wird kohlen Voll Feuer Aber herrlich Es funktioniert! Und es wird gross sein. Das Schiff wird nie wieder weggelebt werden Geh uns raus, bitte Kein Problem. Wir werden hier schneller, als du sagen kannst Explosive Diarrhe Man, ihr seid wirklich zufrieden Ihr seid wirklich zufrieden Okay, wir sagen niemals über diesen Universum muss hören über diesen herrlichsten Tag Die Guardian Die Schiffen Die Schiffen Wie spannend! Go team What? Sounds like somebody's coming back for seconds Okay, okay, I hear you Looks like one of our shiny new engines got itself turned off during our grandiose exit back there Can we fix it? Sure you can Just climb out onto that wing and turn it back on Me? No, I didn't volunteer Yeah, well, you're the only one who can sort of fly so it's gotta be you Fine Okay, I'm out here Are you gonna slow down so I can do this? And let the giant hungry monster catch up to us again? I don't think so I'm just gonna tilt the ship so you can walk around the wing Ready? I don't think that's the same thing One, two, three How's that? Nobody What's that? Giant worm monster Okay, Pete, I gotta right this thing Hold up to something Wait, Rocket don't you dare We are We are How's it going? Quill, you still with us? Yeah, I'm hanging in there Good Now when you get to the engine All you gotta do is hit the big blinky button on the side. Can you handle that? Yes Rocket, I think I can manage the simple task of... Hey! 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 Oh, das ist ein bisschen wie ein... Oh... Oh, schießt! It's back on Rocket, punch it! Uh, this. Oh. Rocket! Peter, I thought you fixed the engine. I did! Trust me, it's still working! It's not the engine, it's the... What? How was that leaking? How was what leaking? The inertial compensator! Somebody help me steer this frickin' thing! I don't understand! The compensator gel all runs inside the ship! How did that get damaged? Yeah, so, uh, one or two of the worms may have ate it inside! Well, somebody deal with them before the ship sheds itself apart! Come, Tree. We shall peacefully resolve the situation... ...with our knives. Hehehehe. Hehehehe. Ahhhh... Großartig. Großartig, klar. ...soööööööööøöööööööööönäe! Toh, Ru. Wow. Auf. Irgendwas stimmt das. Racket, up ahead! Step on it! What do you think I'm doing, Quill? Your little friends did some damage to our guts downstairs. Hang on, I'm coming back in! Trash, what are you...? This is my chance, Peter. To protect my new family. Like I never did for Hovat and Kamaria. I told my daughter to run and fight another day. I have run for years. This is the day I fight. I will go alone into battle. And slice this beast from mouth to colon. You will not have a good day. Quill! You better do something quick down there! The ship's breaking up! Please, Peter. Give me this. Drax. We're losing engine power! Crew can't keep this up! Tell me what I have to do. Hit the button once I am inside. I will take care of the rest. Thank you. The ship's coming. My family will be proud. And I will tell them of my best friend, Peter Quill. Give that ugly thing some hell. No, it gets nothing. I will just kill it. Uh... Uh... Die, Me Too! He will die, Me Too! Oh no... You will die, Me Too! Das war's, was du gemacht hast. Wow, bist du okay? Nice work, buddy. Ich bin Groot. Warum? Was ist das? Bist du okay, Petey? Wo ist Drax? Nein! Peter, wo ist Drax? We'll never forget him. If the Guardians have a Hall of Fame, he's going in. What's that mean? He jumped from the airlock to slow the creature down. No! What? He's gone? We have to go back. Come on, hold on. We can't go back. We're limping as it is. Also, this is how you keep us together. By launching one of us out the airlock... ...we're in the airlock. It's going to be a long ride to nowhere. Aber was hätten wir machen sollen? Ups. Aber ich weiß wirklich nicht, was wir... Vielleicht beigern, doch beigern. Aber ich weiß nicht, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Nicht, dass ich mich überrascht, nach dem, was wir durchgeführt haben. Wir schützen sie. Sie sieht und schmeckt, gut wie neu. Ja, wir können das alles schützen, richtig? Ich bin nicht so sicher die船 wird das gleiche sein, Pete. Sorry. Die Sache mit, you know, mit... Ah, verdammt, Pete. Drax. Was ich sagen, ist, ich weiß, dass es schwer war, aber es war die richtige Beziehung. Ich bin froh, dass ich nicht zu machen muss. Also, ja. Ich denke, dass seine Familie glücklich sein wird. Ich hoffe, dass er wieder zu sehen wird. Ja, ich glaube nicht, aber... Es ist eine gute Idee. Oh, come on! Look around, Rocket. Es gibt zwei weniger Guardianen hier, in case you haven't noticed. Du musst die Back-Up... Ich dachte, wir hatten einen Leader, der wir kämpft für uns. All of uns. Ich wollte nur hören, was er dachte. Ich bin mit Pete auf dieser Seite. Er wollte zu jumpen, um uns zu retten. Was ist so schwer zu verstehen? Es ist schwer zu verstehen, warum du ihn so machen kannst. Ich bin froh, dass der Angst ist, dass er überraschend ist. Ja, also, ich werde dir noch einmal erzählen, Frau Frau. Back-Up. Du, Back-Up. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Der Mann hat getan, was er hat zu tun. Stop es, bitte. Ich bin nicht froh, dass Drax weg ist. Aber ich bin froh, dass ich noch nicht zu spüren. Du solltest das ein bisschen zu erinnern. Dass wir hier stehen, hier zu haben, diese stöpidige Argumenten. Ich habe mich vertraubt, Peter, um uns alle sicher zu halten. Ich dachte, er verstehe das. Und jetzt habe ich noch eine Möge auf mich. Ich kann es nicht wegnehmen. Es ist zu viel Konflikt mit dir. Zu viel Angst, Resentiment und Schmerz. Deine Schmerz ist überraschend für alle von dir. Es ist zu viel für mich, um mich zu sein. Wenn Sie sich so viel mit uns zusammenhängen, warum Sie nicht alle einfach weggehen können? Ihre Gefühle für einen anderen sind alle in der Kriege. Es ist mehr, was ich wünsche mir. Ich bin froh, weil wir eine Familie sind. Und Sie nicht auf die Familie sind. Wie Sie nicht auf Drax sind? Wie Drax nicht auf uns auf alle? Wie Sie nicht auf die Familie sind, bis wir alle zu sterben sind? Dass du mit dir bist, das ist zu schwer für mich. Danke für mich, für mich zu befreien. Und für mich, dass die hörenden Geräusche höchst ist meistens die größte. Aber ich muss gehen. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, Peter. Wir sind eine Familie. Aber Thanos war meine Familie, auch. Und manchmal, sein in einer Familie tut. Also, gut zufrieden. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, Peter. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Warum würde ich das tun? Was? Was hat er gesagt? Groot, komm mal! Ich bin froh. Er geht. Er ist uns verletzt. Ich bin froh. Peter? Was für mich? Ich bin froh. Groot. Aber warum? Ja, explain this totally selfish decision. Ich bin froh. Er sagt, er will nicht Mantis sein, zu sein. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Groot. Und er weiß, wie wichtig es ist, zu finden jemanden. Und zu schauen, Gott. Ich bin froh. Ich bin froh. Er sagt, ich muss, und zu bleiben. Ich bin froh. Ich bin froh. Oh, Mann. Er sagt ein paar Schmerzen. Ich liebe dich, buddy. Ich bin froh. Aber das geht doch nicht. Aber die können sich doch jetzt nicht aufteilen. Groot. Oh, Groot. Wer hat so großartig? Groot hat so großartig, huh? Was ein Schmerz. Ich werde das wirklich missen. Ja, ich bin froh. Rock, ich glaube, du verlassen, auch. Ich bin froh. Ich glaube, ich werde ein paar Mal bleiben. Ich meine, es ist klar, du kannst nicht auf mich ohne mich. Besides, ich bin in der Markt für einen neuen Partner. Danke, Mann. Hey, das ist nur eine Business-Business-Business-Business-Business-Business-Business-Business-Business. Also, ich bin froh. Jetzt. Nur eine Sache noch zu tun, in einem Moment so zu tun. Barkeep! Drei von deinen Lethalen, bitte. Ich mache es drei. Das ist eine Idee, die du seit langem hast. Echt oder neige Runde. Dann finden wir hocks. Wir haben ein paar berührende Nachrichten. Die Berührenden fliegen in über einen violenten Kree-Attack auf Jabari V. Millionen sind tot. Hey Pete, ich habe sie gefunden. Ein sehr trauriges Ende. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt komplett von der... in der Welt. Zustand der Galaxies. Niemand sonst hat sie so schnell erreicht. Da habe ich mir den meisten beeingestimmt. Bei der großen Flucht auch. Da auch. Bei der großen Flucht auch. Die meisten haben auch geholfen, dass Drax sich... opfert. Also wir haben eigentlich immer das gemacht, was die meisten gemacht haben. Ja. Nur gut. Aber es sieht echt... Es sieht echt nicht gut aus. Das muss man mal ganz klar sagen. Und ich bin echt gespannt, wie das in der nächsten Folge weitergeht. Schauen wir uns einmal die Vorschau an. Das ist echt krass, dass gerade so zerfallen ist. Okay, soviel zu der Vorschau. Hört nicht auf zu glauben. Die Galaxies ist erneute gefahren. Es geht um immer persönlichere Angelegenheiten. Peter muss die Guardians gegen ihre größte Herausforderung vereinen. Sich selbst. Okay, also... Konnten wir eigentlich gar nichts anderes machen. So wie ich das verstehe, war es tatsächlich... Der Handlungsschrank, dass sich die Guardians so jetzt zerteilen. Und wir müssen durch sie erneut in der nächsten Folge vereinen. Ja, ich bin gespannt. Wie immer. Aber... Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu den anderen Folgen, war das jetzt ein echt... düsteres Ende. Da... Ja... Ich finde das auch unglaublich schade. Gerade auch, was Drax angeht. Und dass Nebula gestorben ist. Ich weiß nicht, ob man das hätte verändern können. Wenn man sich weigert... Aber teilweise fahnen es bei anderen Sachen ja auch schon, dass... Dass sich die Pfade dann trotzdem halt dahin bewegen. Ich weiß nicht, ob Nebula sich nicht doch geweigert hätte, sich an die Maschine anschließen zu lassen und sie nicht doch gestorben wäre. Ja. Und genauso bei Drax, wenn wir uns geweigert hätten, ihnen zu helfen. Aber am letzten Endes haben wir nur ihre Entscheidungen respektiert. Und... Ja. Ich bin... Vielleicht brauchen auch alle gerade einfach nur etwas Abstand. Ich bin sehr gespannt, wie das in der letzten Folge weitergeht. Das große Finale. Folge 5. Und... Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit von der Partie. Das soll es für heute gewesen sein. War jetzt auch zwei Stunden knapp. Und... Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid nächste Woche wieder bei. In diesem Sinne. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag. Ciao.